Hallo Raptilien Freunde und schön dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es um den Einbau der Heizung in Kürmützke einem Häuschen. Genau so sieht es aus. Wir haben nämlich ein paar Zuschaueranschriften bekommen, die gesagt haben, Mensch das ist gar nicht schlecht wenn man nachts das Häuschen ein bisschen erwärmt. Also haben wir uns gedacht machen wir das gleich mal. Haben eine Heizung eingebaut. Ja jetzt mal viel Spaß beim Video. Denkt dran, Daumen hoch unten abonnieren. Oben auch die Playlists angucken. Ja und jetzt viel Spaß beim Video. Ciao, Ciao. Ciao. Gut hier habe ich mal den Boden vorbereitet. Da bohre ich jetzt überall noch so 2-3 mm Löcher damit dann die Wärme ein bisschen besser durchkommt. Ja und dann sollte das schon mal nicht schlecht sein. dann kann ich euch nicht Kunden die Wirkung auf und ich gehe davon auf und entwärgibb, die dann kommen aber schlecht auch fest Bossier sagt. Ja und 0,10,哎. Du denkst nicht und tut dir dass es letztendlich hat. Ich habe keinen Ei Spahn. Wenn du hin सnt zu mitmachen, Meanwhile hinzure ich bis jetzt auf Neue Ein Zhuang, den находитсяher losz Kabupaten in der Koerbe in der Koerbe was comparable ist. Jetzt habe ich hier die Kabel durchgeführt, einmal das Heizkabel und das Fühlerkabel vom Thermometer hochgeführt, ein bisschen im Kunststoffwohr versteckt. Hier oben durchkommen lassen. Hier der Fühler und hier die Heizung. Jetzt habe ich hier die Platte eingesetzt. Da ist der Temperaturfühler. Da will ich so 24 Grad haben. Auch wenn das Terrarium 22 bis 23 Grad ist, aber hier in dem Schlafhäuschen mache ich das so auf 24 Grad. Hier überall die Wärmelöcher. Gucken wir mal, ob das funktionieren wird. Jetzt habe ich die ganzen Leitungen verlegt. Hier unten ist der Schaltthermometer. Aktuell 27,6 in seinem Haus. Ich habe es jetzt auf 24 Grad. Nachts, wie gesagt, ist das Terrarium so 22 bis 23 Grad. Aber so, dass er diesen Grad Erhöhung hat, sicher ist sicher. Jetzt muss ich das Ganze hier nur noch mal ein bisschen vernünftig die Kabel verlegen und dann war es das schon wieder mit dem Umbau. Ja, okay. Das war der Einbau der Heizung hier für seine Nesthöhle. Hier ist Kürmelt nochmal. Der ist ganz zufrieden mit der Sache. Schauen wir noch mal ganz kurz hier nach unten. Schön verlegt. Hier unten haben wir die Temperaturen. Das kann ich mal gut überwachen. 24 Grad, wie gesagt, in der Nacht. Ja, Kürmelt und ich, Naiven ist in der Schule, sagen heute mal tschüss. Vergesst nicht zu abonnieren. Gebt uns vielleicht auch ein Like und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!